Hallo meine Damen und Herren, Jackie Wiedermstadt und ja, ich habe mal gedacht, ich mache mal ein Video. Mir geht es so lahm momentan. Ich kann nur sagen, es ist Krise in der Beziehung, wenn nicht. Mir geht es sonst einigermaßen, wenn ich das wegdenke, gut. Also wenn ich die Stresssache, sag ich mal, was mich traurig macht auch. Ganz gut. Gestern habe ich Crash Bandicoot gespielt und Crash, ja, war ja richtig Horror, echt. Also mehr sterben als sonst, also weil das waren für mich die zwei schlimmsten Level und dieses Brückenlevel ist so bekannt dafür. Und es ist so bekannt dafür, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist und nervig. Da musst du so viel mal sterben, das hast du gar nicht. Ich frage mich, was haben die Entwickler sich bei früher dabei gedacht? Naja, aber egal. Gut, was geht sonst? Heute mache ich auch noch Livestream. Ich werde mir gleich einen schönen Kaffee machen. Und dann mache ich Livestream und, ja, habe gedacht, ich werde mein neues Spiel Livestream machen halt. Da werde ich mal gucken. Wie ist das? Gut. Ja, ihr seid wahrscheinlich jetzt alle in der Schule oder arbeiten oder ich weiß gar nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen einen guten Morgen. Und falls ihr uns nicht mehr sehen sollt, in den Kontakten haben. Ja, also viel gibt es nicht zu erzählen. Ich habe ein paar Spiele, die ich weiß nicht, Livestream macht. Ja, tun wir nicht. Von daher ist alles okay. Ja, ihr wisst schon. Macht aber auch Spaß. Gott of War werde ich, ich glaube, ich werde vielleicht Gott of War heute Livestream machen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht versprechen. Wenn ja, das ist, ja, nur um die 100% vielleicht zu kriegen. Bei Crash wiederum ist es mir egal, um die 100% wirklich. Also, da die 100% zu kriegen, da muss ich wahnsinnig sein. Äh, jetzt deswegen. Naja. Ein paar Rollenspiel wollte ich gerne mal eigentlich auf Livestream playen. Obwohl, ja, zwei, drei. Aber muss gucken halt. Bis dann. Tschüss.